Moin Leute, Herzlich Willkommen hier zurück zu einer, ja was heißt entspannten, zu einer Runde Subdistance im Multiplayer, weil die Jungs ja mich hier dann später besuchen können, wir fangen ja hier neu an, ne, es kommt ja im Moment abwechselnd Subdistance und der andere Spielstand, aber im Moment ist noch dunkel, wir können auch nicht viel merken, das ist immer das Problem, man beißt sich ja doch öfters in den Hintern, was man jetzt wieder alles so neu machen will, sagen wir wie es ist, ne, also das ist nicht so mal eben so gemacht, ne, aber von nix kommt nix, ganz einfach, so, Tagesziel ist überleben, überleben, Eigentlich müssen wir eine Kiste bauen, aber mir fehlt ein Tauwerk dafür, ne, ja, das ist jetzt wieder, Fasern ist jetzt wieder, grande de malheur, mangelwaren, So, sag mal, was brauchen wir denn hier für? Oh, Leder, ja, ne, als erstes brauchen wir dann den Bogen. Sechsmal Tauwerk, ey, nein, du. Einige Elefanten-Lächle. So, ich hab mal ein Dach gebaut, ne, hier ist schon mal zugemacht, die BKE-Einheit müssten wir eigentlich setzen, naja, aber dann wissen die Banditen direkt, wo ich wohne, ne. Aber eigentlich müssten wir die schon bauen, damit wir einen Dietrich kriegen, also, würde ich mal sagen, gucken wir mal nach, wo die ist. Herstellen, danke. Die können wir sogar bauen. Achso. Ja, ich hab mich hier unten wieder angesiedelt, wo wir auch schon vorher waren. Ich find das einfach, ist ein Premium-Gebiet. Man hat's nicht weit bis ins Puma-Gebiet. Hier ist genug Holz, hier ist dies, hier ist das. Wasser, da ist die Höhle. Deswegen hab ich mich hier wieder angesiedelt, ne. Es ist einfach der beste Weg. So, wir setzen die jetzt. Weil wir brauchen sie ja eigentlich, rein theoretisch. Weil ich brauch einen Dietrich. Ne, jetzt fehlt mir Metall, um Dietrich hier zu stellen. Ich krieg einen Affen, ne. Ah, die haben die nicht gefunden. Guck. Ne, ist egal. So, Holz noch legen, wir gehen auf Tour. Nimm mal, ne, Wasser. Müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Ah, wir müssen Fasern suchen. Ist nicht... Oh, ist das noch voll dunkel, ne. Ah, na, da können wir lang gehen. Lass uns mal auf den Fasertören gehen. Vielleicht gibt's ja ein, zwei Kisten und so. Wir brauchen einen Bogen. Wenn wir so Futter rankarren und so, weißt du? Ich seh ne Faser. Premium. Das hab ich gesagt, sechsmal Tauwert brauchen wir, ne. Ah, jetzt ist vielleicht, ob wir das schaffen, dann ist auch die zweite Frage. Also, das Problem ist, da wir das Feuer anhaben, können wir nicht so weit gehen, ne. Und du musst ja hier immer aufpassen. Grande de Malheur. Und das Schlimme ist, man weiß ja jetzt, was du alles so brauchst, ne. Aber, hehehe. Kannst du ja jetzt nicht in die Tasche lassen. Kommt ja dazu. So wie das, musst du direkt mitnehmen. Brauchst du ja später. Habt gesehen. Das ist echt assi. Wir können nicht mal einen Dietrich herstellen, ne. Ne. Wolf kann nickel, ja. Schön. Dann wäre. Das läuft schon wieder, ne. Weiß direkt, wo du nicht lang gehen musst. Ich hätte auf die andere Seite auch gehen können, aber. Wir laufen hier erstmal lang. Hier unten war es sonst immer gutes Business. Das ist ja jetzt Multiplay. Das ist eine ganze Ecke schwerer, in meinen Augen. Viel mehr Tiere. Muss schon ein bisschen mehr aufpassen, ne. Da ist so eine Faser, oder? Zwei Stück gleich. Premium, Premium. Brauchen wir. Wie will ich es einen Bogen haben? Wo man was zum Futtern schießen kann. Nicht immer hier. Zum letzten Loch pfeifen, du. Einige Flächler. So. Montag, ne. Direkt einen schönen Arbeitstag gehabt, wie immer. Läuft, ne. Mal loben, mal loben, mal loben. Von next kommt next. Oder? Ist so. So, gehen wir da lang oder da oben lang? Wir gehen da lang. Ach, da ist ein Wolf. Egal, woher lang latscht das Probleme, ne. Ist nicht so angenehm jetzt. Vor allem, wie gesagt, wir können auch nicht so weit Touren machen. Weil uns... Das Feuer sonst ausgeht. Wenn er jedes Mal das Feuer-Kit wiederherstellen muss, ist es auch. Bonone. Oh, Mann, ey. Wie habe ich das vermisst? Alles wieder. So, weißt du, man hat ja sonst den Luxus, ne. Pfeil und Bogen. Schrotze. Läuft der Laden, ne. Jetzt ist er wieder... Oh, nee. Hier müssen wir ausweichen. Da müssen wir weggehen. Du siehst die Hühnchen. Du hast nichts zu knabbern. Kannst aber nicht schießen, weil du keinen Pfeile... Äh, keinen Bogen hast. Pfeile ist ja wohl nicht das Thema im Moment, aber... Schwierig. Die Trichtkiste musst du auch mal schön liegen lassen. Oh, wir können die Tricht herstellen. Wir haben keinen... Keinen Mats dafür. Also, ich würde mal sagen, es läuft. Das nehmen wir aber mit. Weil sicher ist, sicher ist Eisenerz. Wir beißen uns hinterher in den Hintern, wenn wir es nicht haben. Ja, ist auch nur Eisenerz. Nehmen wir auch mit. Hoffentlich mal. Ich glaube, wir müssen erst eine Kiste bauen. Ne, ist das Kalium, oder? Egal. Egal ist das eigentlich nicht, aber wir nehmen es mit. Ja, dann bauen wir jetzt eine Kiste. Aber wir müssen ja jetzt auch aufpassen, dass unsere Putze zu ist. Wegen den Räuber und Banditen. Aber ich habe nur Gegenangriffe. Also von da an nur ist gut, ne? Nur Gegenangriffe ist ja auch mal so ein Wörtchen, weißt du? Da ist gleich eine Faser. Brauchen wir. Danke. Taschen werden immer voll, ey. Da ist eine Faser und da ist ein Wolf, ne? Hier war doch eine Faser. War hier nicht eben eine Faser? Oh, schon blind, du. Oh, Mordenbaum. Morde kannst du immer gebrauchen. Ah, also ein Schick, Alter. Wir müssen auch gleich wieder zurück. Wegen Feuer. Ich will dieses Mäusen melken. Hier geht es, glaube ich, um das andere Puma-Gebiet. Kann das sein? Wir haben was zusammen. Wir haben was zusammen. Svenny, was ist das denn für ein Deutsch, ey? Du hast ein Bär. Da ist ein Wolf. Schickie Feini. Oh, da ist eine Kiste. Sollen wir die noch mitnehmen? Ja. Lage sondieren. Ja, noch kannst du leben. Ja, ja, ja. Laufen wir ihn weg. Hoffentlich ist der Tauweg drin. Natürlich nicht. Oh, ja, Chlor. Hier war der... Oh, das... Brauchen wir. Wir müssen, glaube ich, erst eine Kiste herstellen, dass wir die Sachen auslangern können. Weil jedes Mal, wenn du Stieb sitzt, ist das Zeug dann ja weg. Und weißt du auch genau, ob du da wieder hinkommst, wo du hin willst? Ne, Kalium lassen wir jetzt noch liegen. Da brauchen wir noch nicht. Dafür ist das Ding zu teuer. Ey, wir sind einmal rum. So, dann lass uns mal langsam zurück. Keine Vorsonnen-Stüsseli. Was ist denn los hier? Kannst ja nicht sein, weil, Leute. Sub-Distance, das beste Spiel es gibt. Macht immer Laune. Kannst auch mal mal abschalten. Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, ne? Wenn du Svenni weißt. Svenni kann das auch ganz gut versimmeln ans Spiel. Der Kartüffel, die war da doch, glaube ich, ne? Der oben ist auch gerade. Ist er denn fahren, oder was? Der soll auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wir sind vorne. Hier war ich noch nicht so oft, glaube ich. Dann habe ich hier nicht eh eine Kiste gesehen. Schon blind. Ne, geh mal langsam zurück. Wie viel haben wir jetzt schon? Eins, zwei, drei. Vier nur. Wir könnten eine Kiste herstellen. Ich glaube, das... Ja, was ist jetzt... Was ist taktisch klüger? Er ist Bogen? Ja, wahrscheinlich, ne? Da müssen wir was zu beißen oben. Weißt du, dann sind die Hühner alle wieder woanders. Ich kann gleich nur angeln. Ne, wir machen jetzt eine Kiste, glaube ich. Sicher ist sicher. Da würde ich das Zeug auch mal rausschmeißen können. Hoffen wir jetzt mal Feuer noch anbrennen. Ich habe aber auch jetzt von Anfang an mehr Tage eingestellt, ne? Nicht, dass man hier wieder sitzt und... Komm nicht vor... Also... Ja, direkt schon wieder Winter ist. Das wollte ich nicht. Ich habe das, glaube ich, auf 90 Tage eingestellt, ne? Ich glaube, das ist ganz gut am Anfang. Wenn wir so in den Winter reinmisten, dann haben wir ja gar keine Chance. Das kann es nicht sein. Nee, ne? Guck mal, zwei Taschen. Kannst du nicht dran? Das ist zum Mäusenmelken. Das ist zum Mäusenmelken. Ganz ehrlich. Könnte ich jetzt schon wieder vor Freude in den Asphalt beißen, ne? Da ist ein Bär. Ne, den, den, den umlatschen wie. Hier, die sind hier ganz schön aggro. Könnten wir eben. Ne, mir fehlt noch. Tauwert, ne? So, wir sind gleich einmal rum. Ne, noch lange nicht. Wir müssen da ganz hinten wieder hin, oder? Wir sind noch nicht einmal rum. Das ist eine Tasche. Aber da war auch ein Bär, ne? Hören wir. Ihr nehmt das Zeug lieber mehr. War hier nicht eben auch noch eine Tasche? Wäre ich mal eine Kiste? Ja, doch. Wollte sagen, so blind bin ich doch nicht, oder? War hier eine Faser? Ich habe nicht aufgepasst. Da. Die brauchen wir mehr. Manchmal sehe ich sie auch schlecht, ne? Hoffentlich ist mein Feuer noch an. Nummer zwei Connickles. Und? Ende von Liebes. Tschüss, Sikowski. Ja, eine kleine Tieffalle wäre auch nicht schlecht, aber... Ich glaube, mit Pfeil und Bogenformen wäre es besser. Die gehen immer so schnell kaputt. Oh, wir können was essen. Danke. Jetzt taucht doch wieder auf, Mann. Wir sind nach Hause. Scheiße. Kriegen wir die? Ne. Oh, ganz schlechte Idee. Ne, ne, ne. Ganz schlechte Idee. Ja, verfolgen tut uns schon mal nicht. Das ist ganz gut. Ein Schickkram. Guck mal, wie weit wir wechseln. Ohne ein paar Mädel. Wie sie wieder... Weil die zu Hause sind, ne? Wir sollen gleich noch die Angel ins Wasser halten, ne? Weil wir was zum Beißen kriegen. Shit, kann ich haben... Was ist das denn da? Oh, nein. Das ist nicht so... Nicht so unser Budget-Mini. Und auch immer... Guck mal, immer da, wo du anlanden willst, kannst du gar nicht anlanden. Wie viele Bären sind denn hier, diesmal, ey? Ist ja nicht normal. Eines Blech, ey. Hättest du voll vergessen. Hoffentlich ist mein Feuer noch an. Lasset uns falten die Hände für eine Gebet. Da ist auch eine Forsa, kommst du auch nicht ran. Mann! Hau ab, du! Boah! Das ist eine coole Idee. Wir haben nach Hause, Mann. Dann gehen wir gleich nochmal eine Runde. Wir müssen erst noch eine Kiste bauen, ey. Dass wir das Zeug auch rauskriegen. Sonst haben wir jedes Mal die Popokarte auf Deutsch gemacht. Und dann Pfeil und Bogen. Ja, wir haben Bogenbogen. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwie ein Fisch uns anlanden können oder so. Aber nicht, dass jedes Mal unser Zeug komplett weg ist. Darum geht's mir ja. Ja, ist ein Wolf. Mann, ne. Gibt's hier noch Algo? Ne. Ja? Oh, ne. Ja, komm, wir kümmern uns erst ums Feuer. Nicht, dass das ausgeht. Dann gehen wir eine Runde angeln. Und dann haben wir hoffentlich was Gutes vollbracht. Ich hab's sowas von gewusst, ne. Ja, stimmt. Danke. Ja, stimmt. Das kann's nicht sein. Hat ich mal in der Mann Feuerhaus gemerkt, oder was? Ja, stimmt. Mach mal hier, eh, eh. Ach, der Brennstoff war, ne. Ne. Mach mal an. Anzünden. Das war ja schon mal gar nicht ganz so uncool, ne. Ne, jetzt ist er ein Bier, ne. Ich wusste, es war so eine Vielentscheidung. Aber anders geht's im Moment nicht. Haben wir eigentlich genug Bretter? Ich stell' ich mir jetzt noch da. Ich stell' ihn mal erst noch da. Holzfäder. Das brauchen wir noch gar nicht. Das brauchen wir im Moment gar nicht. Dann auch nicht. Schrotze kann noch da. Das kann noch da. Die können wir noch essen. Fischöl kann noch da. Metal muss hier hin. Das kann noch da. Die essen wir mal vor sich zweimal noch. Tauwäck haben wir noch zwei. Nein, das ist nicht viel. Stöcker noch da. Ähm. Du musst hier mit hin. Du kannst hier hin. Du auch essen und du. Das soll ich. Ich kann erst hier hin. Weiß ich. Das ist blöde, ey. Unsere Kiste ist viel zu klein. So, wir gehen mal eben angeln. Wir müssen ja auch noch was zu essen haben, ne. Kann's nicht sein, du. Kann's nicht sein. Ist ja lebensgefährlich hier. Aber ich muss heute noch auf den Server. Ich muss noch drinnen. So ein Schickkopf. Ach, der Adler ist auch da. Zwei Stück. Ne, dann hol mal lieber direkt ein. Das kannst du vergessen, wenn der da ist. Aber ich hab Kohle. Ah, der fliegt weg. Könnten wir vielleicht noch Glück haben. Der ist saubart, der. Ja, setz the way, Leute. Setz the way im Moment. Langsam, aber sicher müssen wir uns hier rantesten. Anders wird's nicht gehen, ne. Prost. Wird eh nix jetzt beißen. Ist, ist, ist so. Wir holen das Ding eben ein. Gucken nochmal nach, was so Forsa ist. Oh, da war ne Forsa, ne. Ich hab eben ne Forsa gesehen. Kann auch sein, dass ich Hallos hab. Ja, ich hab Hannos. Ne, da ist so eine. Die brauchen wir. Ah, jetzt kommt er hier natürlich, ne. Ist mir jetzt egal. Ich will die Forsa. Da ist nur was zu beißen. Brauchen wir. Wenn wir überleben wollen. Oh, der riecht. Boah, 95 haben die hier. Ja, boah, nicht viel, du. Subdistance, ne, machen wir im Wechsel. Einen Tag, äh, Multidingsbums. Einen Tag Normal Sub, also ein Singleplayer, ne. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen vorankommen. Wäre ganz wünschenswert, ne. Klar wird sich da ziehen wie Kau-Mummi, bis wir das erstmal alles wieder erreicht haben, was wir haben, ne. Aber da musst du leider durch. Wenn du durch werden willst. Oh, ne Flasche, da ist gut. Das ist auch nicht schlecht. Oh, da ist noch eine Tasche, die wir natürlich mitmachen. Na, Hühnchen? Ja, noch bist du sicher? Danke. Das haben wir auch. Das war gar nicht schlecht. Gehen wir hier langsam zurück. Ich gehe hier langsam zurück, denn, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen von der ganzen Grande der Malheur, was hier immer so auch alle bei Sunny passiert, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!